hey hallo moin order na wie geht's mensch ich habe von dir den brief gekriegt soll rumkommen und wie ich sehe habt ihr die war der vulkan ausbruch doch nicht so schlimm wie befürchtet das ja ich prima da freue ich mich und versteht da hast dich verschluckt werden rülp sei ja das eine schöne begrüßung und pass auf ich habe hier eine scherzfrage für dich geht er jetzt weiter hast das ist der nachteil nach dass der vulkan nicht alles ausgelöscht hatten jetzt siehst du mich häufiger wieder hier na okay jetzt gibt es auf also was ist haarig und wird in der pfanne gebraten was ist haarig und wird in der pfanne gebraten weiß nicht ja das sind bart kartoffeln ja doch so alles klar oder denn was gut ne tschüss oder tschüss